Sieh an! In Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Auf der Seite ist der Hafen. Hallo? Hey! Hey! Was wollt ihr denn haben? Na was schon. Was ganz, ganz Tolles. Was denn sonst? Hä? Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Der hat ausgelutscht. Alle Kinder lieben Balance. Alle Kinder lieben Balance. Wie findet ihr denn Ballons? Toll! Aber nicht ganz, ganz toll. Hey, hört auf damit! Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Tschüss! Alles. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht kann ich mich an dem Seil runterhangeln. Im nächsten Leben. Im nächsten Leben. Im nächsten Leben. Im nächsten Leben. Warte hier, Spot. Da drüben rennt ein Sucher rum. Wozu das wohl Nütze ist? Wenn er den Splitter gefunden hätte, würde er nicht mehr danach suchen. Der sieht ulkig aus. Wie das stinkt. Süßigkeiten. Oh, alle Dosen leer. Kein Splitter am fauligen Obst. Musik. 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 Die Flüsse fließen ins Meer. Richtung Hafen. Ich kann nicht erkennen, was auf dem Plakat steht. Bestimmt Werbung für den Zirkus. Bleibt ja, wo ihr seid. Genau so habe ich mir Kalimar vorgestellt. Das ist das Tor zum Hafen. Die Königin muss sehr böse sein, wenn sie solche Monster schickt. Die Königin muss sehr... der Zirkus der Zirkusen Eins mih, der zirkusend ist. Ein Schraue darf fl governor der Zirkusen Wozu das wohl Nütze ist? Na, Lu? Oh, da sind noch mehr Lumis. Eins, drei, sieben. Da ist der Splitter. Die Lumis haben ihn. Oh, da kann ich Spot nicht runterschicken. Zuerst müssen die Lumis raus. Wow! Jetzt versperrt er mir die Sicht nach unten. Blöde Granate. Die Schnur mit dem Haken dran nehme ich mit. Er versucht den Splitter zu erwischen, aber er kriegt die nicht. Wozu das wohl Nütze ist? Wozu das wohl Nütze ist? Wozu das wohl Nütze ist? Über die Schnur mit der Gänse ist? Ich will. Schneiden. Vielleicht brauche ich einen Köder, was Lumis wohl lecker finden. Das war's für mich. Dieser Krakenmann ist fast so toll wie ein Lumi. Aber nur fast. Fischgestank vertreibt die Lumi, statt sie anzulocken. Äh, wie das stinkt. Der ist leer gefressen. Wenn im Waisenhaus was Leckeres gefehlt hat, dann haben es immer die Lumis gegessen. Ich hab sie nie gesehen. Aber Sarah und Marie ganz oft. Da unten leben die Lumis. Oh, die Lumis sind sowas von toll. Verrückte kleine Räuber. Dieser Krakenmann. Lumis kann man mit Wasser nicht locken. Genauso wenig wie mit Seife. Ich wünschte, wir hatten Zeit für den Zirkus. Die Königin muss sehr böse sein, wenn sie solche Monster schickt. Zeit für den Zirkus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017